Sofort bestraft. Für jedes bisschen. Weißt du auch, wenn man immer was Gutes macht, bekommst du bloß so einen kleinen Futzelbalken dafür. Das hat wieder geklappt. Ja, gute Wurf, die Fans. Nein! So ein Krypting-Wurf hab ich noch nie gesehen. Also da muss noch viel üben, Junge, im Pass. Yeah! Offensiv über und und den Assist gespielt. Fürs erste Spiel doch gar nicht mal so schlecht. Und nochmal ein Defensiv-Remount hinterher. Schau, 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 schau! Ich sehe ihn, ich sehe ihn! Schau, schau, schau! Schau, schau, schau! Okay, was war's jetzt, Junge? Wolltest du jetzt zu mir passen oder zu den anderen? Nein, nein, nein! Schau, schau, schau! Schau, schau, schau! Schau, schau, schau! Ja, da klatsch ich erstmal ab. Mit wem das auch immer war, keine Ahnung. Ich kenn dich nicht. Zumindest wüsste ich jetzt nicht, wer du bist. Trink mal kurz noch was. So, ja, so. Sechs Punkte, sieben Rebounds, 30. Ähm, in der Mitte des dritten Viertels. Ja. Oh, ja, da! Ah, oh, ja, da! Oh, ja, da! Oh, ja, da! Oh, ja, da! Okay. Heißt, hat sich Fripp's wieder mal auf 30 Frames jetzt eingestellt. Vielleicht hat sich NBA allgemein lieber auf... äh, 60 aufnehmen müssen, das einfacher zu spielen. Die 30 muss ich mich jetzt erstmal gewöhnen. Ja, ich hab... Ja, siehst du doch. Pass bloß nicht zu mir, der da steht. Ja, Foul. Foul provozieren. Ja, das dritte gegen Turner. So gefällt mir das. Mal gucken, ob ich jetzt einen Freiwurf kann. Ich muss mal allgemein schauen, wie der Freiwurfsziel hier ist. Bei dem. Ja, etwas zu spät. Okay, gut. Perfektes Timing, sehr schön. Nächsten schonmal einen Foul hier gezogen. Ja, 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 ja. Hey, komm, 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 komm. Hey, komm, komm, komm. So, auf jeden Fall schon mal ein Rebound geholt, wieder. Jetzt sind wir auch auf dem Mitspielerschnitt, den wir sein sollen. C+. Oh, ist da ein Turner da gemacht? Unglaublicher Wurf. Du gibst mir jetzt den Ball, ich kann nicht mal passen, weißt du, und du gibst mir den Ball. Das einzige, was ich machen kann, ist Blockstellen. Das kann ich mal versuchen, ob das funktioniert einigermaßen. Block! Block von Henry. Sehr schön. Schöne Sache. Jetzt steht es wenigstens 30 zu 26, also wir sind nah dran, ne? Und gab es noch einen Rebound für mich? Wäre auf jeden Fall schön gewesen, wenn ich jetzt noch einen Rebound dafür bekommen hätte. War vielleicht noch ganz knapp vor Ablauf der Zeit, werde ich jetzt auf jeden Fall sehen. Ne, habe ich leider keinen Rebound mehr bekommen dafür. Schade eigentlich. War doch extra noch so schön da dran, ne? Hm, nicht schlecht. Wow, Demarcus Cousins, sehr schöner Wurf. Der ja eigentlich bei Sacramento spielt, wenn ich jetzt nicht geirrt habe. Die Saison wurde ja, glaube ich, aber sogar noch getradet nachher. Ich habe es gleich nicht mehr alles so im Kopf. Defensivführer und gleich der Pastor Johnson. Schade, ich dachte, ich bringe mich da in der richtigen Position jetzt für ihn. Ah, schade, da war ich nicht groß genug, sage ich jetzt einfach mal. Ah, ich habe noch gute Wurf-Defense bekommen, weil ich dann halt noch mitgegangen bin. Ah, scheiße, war ich so knapp da dran, ne? Aber Opa möchte, oder wie der heißt, sieht eigentlich so aus, wenn er genauso groß ist wie ich fast. Oder wie jetzt zumindest mein Spieler. Was? Ich stehe mit einem Fuß draußen. Wieso? Oh, ich stehe mit einem Fuß draußen. Ich stehe nicht mehr mit beiden Füßen im Feld drin. Oh, das ärgert mich jetzt schon. Damit habe ich jetzt... Ja, und klasse, innerhalb von ein paar Sekunden von C+, fast in B- drin gewesen und ist auf C wieder zurück. Weil ich gar nicht gesehen habe, dass der Passwort gespielt wurde. Da bin ich noch ein vernünftiges Foul noch. Was bekommen. Ich will wieder auf C-Plus kommen. Ach, Udo heißt er, ja. Ich möchte wieder einen Pluspunkt jetzt hier bekommen. Ah, noch 2,17. Ich will wieder in C-Plus rein. Ich hasse dieses Spiel. Das Minus immer so dermaßen befelligt wird und Plus fast gar nicht. Für jeden Piss gibt es Minus, aber Plus gibt es mal ganz selten. Ah, jetzt bleib ich wieder an den scheiß Computergegner hängen. Ansonsten wäre ich mit vorne gewesen. Wieso kann ich mal daneben werden? Ich brauche noch ein Rebound, man. Da bin ich ein C-Plus drin. Also will ich ja nie was. Ja, Wall, mach mal wieder alles alleine hier. Das ist auch keine Gegenspiele, ne? Äh, keine Mitspiele. Aber ich brauche noch ein Rebound, Leute. Gönnt mir doch wenigstens einen einzigen Rebound, um auf C-Plus zu kommen. Ja, John Wall, mach mal wieder alles. Oh, John Wall, ich hasse dich dafür, dass du so eigensinnig bist. Ganz ehrlich. Ist mir scheißegal, auch wenn du der Spielführer hier bist, auch weiß ich was. Und da er der entscheidende Spielherb ist, das ist mir sowas von kackscheißegal, ganz ehrlich. Du spielst für die Mannschaft und nicht für dich selbst. Und da bin ich ein C-Plus drin. So, jetzt mal mal gucken, am Fliegen spiel ich denn. Das geht eh wie so jetzt schief, das weiß ich jetzt schon. Ah, nee. Oh, er wurde bald zurückgehobert. Nein, was machst du da? Was machen wir mit euch noch, Leute? Was machen wir mit euch noch? Hatte man da, hatte man bei zwei Offensivfliebungen, das haben wir geschafft. Ja, wir enden das Mitspiel. Gut, wir haben auf jeden Fall alle Ziele so an sich erreicht. Äh, das Einzige, was wir nicht erreicht haben, ist, dass wir gewonnen haben. Und ja, die Leistung war gut, aber nicht sehr gut. Und Mitspielerschnitt C-Plus-Plus. Also natürlich, umso höher der Mitspielerschnitt ist, umso mehr Punkte bekommt man natürlich. Und ja, das wäre an sich jetzt schon mal das erste Spiel gewesen. Wir haben 400 Punkte dazu gekriegt. Und ja, damit das nächste Spiel mal etwas fairer ist. Oh, momentan Draftfeuersage Netz. Graduation, diese Schuhe. Das ist im Menü. Offsword plus zwei. Hm, yes. Gut. Ja, momentan sieht es aus, als wäre man in der ersten Runde gedraftet werden von den Netz. Wie für ein schönes Team. Und ich speichere mal kurz ab einmal. Und Jason James. Ja, das war es dann erst mal von meinem ersten Part. Na gut, es sind schon etwas mehr. Es müssen noch ungefähr drei Parts jetzt sein. Und ja, wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Und ich hoffe, auf jeden Fall ist heute euch Spaß gemacht. Und schreibt mir jetzt bitte keinen Hass mehr, jetzt weil ich mal die Spiele etwas besser machen werde für die nächste Ausgabe. Aber ich möchte es eigentlich bloß gerne etwas fair haben. Ja, bis dahin viel Spaß mit dem Video und bis dahin. Ciao, ciao.